Ja hallo Leute hier ist der Spoonie und ich habe hier ein kleines Video für euch. So eine Art Montage, naja kann man nicht ganz sagen, es ist ja relativ kurz. Ich habe einfach nur ein paar Szenen zusammengeschnitten, die ich mir rausgesucht hatte von den ganzen zwei Parts, die ich mit Silo gespielt hatte. Und ja, das war einfach nur mal auf der Suche nach einem guten Server. Und ja, viel Spaß dabei und reingehauen. So, jetzt wäre ich in einem Server drin. Ja, es geht nicht toll. Wie heißt der Server? Warte, ich kann dich nicht so einladen. Doch, ich kann nicht. Zum Spiel einladen. Ja, mach. Einladung wurde versendet. Okay. So, und das Doofe ist... Steht nicht. Sicher? Ja, ich habe es probiert. Wir haben es geschafft. Wir sind gleich. Okay, scheiße, jetzt sind Teams gleichmäßig aufgeteilt. Jetzt müssen wir gucken. Ja, dann lass mal blau gehen. Auf drei, okay? Ja, ja. Eins, zwei. Ja, ich bin auch ganz laut. Ach so, du bist aber scheiße. So schnell bin ich nicht. Okay, scheiße. Wie kann ich jetzt mein Team wieder auswählen? Mit M? Vielleicht kann ich ja auch. Äh. Ah, ich laufe. Ich bin hier. Ich bin... Ich komme jetzt. Ich komme. Vor dem ganzen Meer. Au. Ja, toll. Diese Hände. Ich bin der Beste im ganzen Spiel. Nice. Ah, hier bin ich. Wo bin ich? Ich stelle noch mal schnell meine Lautstärke. Runter. Oh, wir sind... Wir sind Wikinger. Ich wusste gar nicht, dass wir... Hä, wir sind nicht Wikinger. Wo sind wir hier Wikinger? Ach, da bist du. Du hast sogar einen grünen Namen über dir. Das ist ja mal voll cool. Alter, was mit nem... Ey, da war ich gegenseitig abzuslayen. Warte mal. Mit X kannst du sogar... Kannst du... Kannst du noch was Sprengendes aufzuslayen? So, was müssen wir machen? Fackeln anziehen. Ach, diese Mission. Okay, ja, wir müssen uns ne Fackel mitnehmen. Oh, da hinten ist schon einer. Was mit dem los? Der steht hier auf der Stelle. Bei mir. Hey, die laufen bei mir auf der Stelle, alle. Bei dir auch? Weil der Rote. Hahaha. Alles sind blauer, das ist gar kein... Ey, laufen die bei dir auch auf der Stelle? Ja. Habe. Nein. Okay, dann nehme ich mir jetzt mal eine... Ich hab gar keine Fackeln mitnehmen. Ich hab mir eh, hier nichts passiert. Ja, oh mein Gott, wir haben den Server gecrashed. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh nee, ey. Ja, suchen wir uns halt nochmal eins. Neuer Versuch. Richtig toll. Richtig toll. Oh mein Gott. Äh.